Ich habe einen Mann gefragt, der seit vielen, vielen Jahren eine Geliebte hat und ich wollte, dass er mir in kurzen Worten erklärt, warum eigentlich. Das lese ich dir vor. Ja, gerne. Liebe Paula, vor ungefähr zehn Jahren habe ich eine Frau kennengelernt, die über 15 Jahre jünger ist als ich. Sie hat den gleichen Musikgeschmack und singt genau wie ich in einer Band. Irgendwann habe ich ein Konzert ihrer Band besucht, danach war es endgültig um mich geschehen. Wir hatten direkt nach dem Konzert Sex miteinander und ich kann heute sagen, dass ich sie sehr liebe. Ich für mich glaube daran, dass man auch zwei Menschen lieben kann, auch wenn das gesellschaftlich und moralisch im Allgemeinen verwerflich ist. Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, aber es ist kein Ende dieser zweiten Beziehung in Sicht. Ich liebe meine Frau, aber der Alltag, der Stress, die Nöte des Alltags spielen in unserer Beziehung eben eine große Rolle. Meine Zweitfrau stillt mein sexuelles Verlangen. Bei ihr muss ich nicht darüber nachdenken, was für Probleme es gibt. Ich bin nicht stolz darauf, aber gleichzeitig genieße ich dieses Leben sehr. Liebe Grüße, weh. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann abonniert doch bitte meinen Channel und zwar entweder hier oder hier oder da. Dein erstes Mal, dein erster Orgasmus, Lieblingsstimme, Sexspielzeug, wie viel Sexpartner.